So Leute, ich befinde mich wieder hier am Ausgang von diesem Berg und bin aus Versehen jetzt komplett rausgegangen, glaube ich. Jetzt müssen wir es in die Richtung. Hoppala. Ja, ich kann auch nicht verstehen, warum die Götter generell an diesen komischen Plan glauben, aber naja. Ich glaube, es ist ein Gefühl, dass die Götter generell an diesen komischen Plan glauben, aber naja. Und wenn man die Götter generell an diese Götter gesehen hat, dann kann man einfach mal auf die Götter oder sich so spielen. Und wenn man es zu sein, dann kann man sich auf dem Weg dieser Götter oder sich auf die Götter oder sich auf der Götter. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Etwa Götter... Ich muss man mal das Götter' der Götter der Götterinigung ansehen. Wenn man die Götterinigung zurückgeht, dann könnte man ja auch wieder zurück, wenn man das Götterinigung oder die Götterinigung zurückgeht. Dann würde man ja auch wieder zurückgehen. Das ist auch gut. Gai! Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich jetzt nicht richtig verstehe. Tja, wer kann das nicht verstehen? Wenn geliebte Menschen sterben und wenn man sie zurückhaben könnte, dann ist man schon am überlegen, irgendwie. Ja, aber Gai hat die Stadt verloren. Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben nicht verletzen kann. Das ist das Gefühl, dass ich das Leben nicht verletzen kann. Ich bin und ich, Herr, mein Ziel ist, dass es die Menschen so weit ist. Aber wie ist das so weit? Wir sind mit dem Welt zu leben und mit dem Welt zu leben. Es ist sehr nah, und sehr nah. Tjaja, das ist so ein Jado, so gut wie früher oder wie immer oder ja, so wie immer. Wenn man dabei auf meine Anfrau wropfer, dann könnte man ausgeführt, was man dies nur sehr, gut zu dir. Ah, es ist toll. Man kann sich nicht bemerksam sein als einenięksfachen Stroh. Also ist das, dass es nicht nur die Ruhige mit dem Schlämmen geht, oder weil es einfach so sehr gel스� Effectiva dafür bringt. Auch wenn man richtig auffertigert wird, was man sich nicht verliegen, kann man mich als ob man alles einfacher fühlen. Ich weiß nicht, dass ich so ein bisschen verletzt bin, aber ich bin schon sicher. Also, brauche ich. Das ist doch schön, Jados Phonics Seal wurde endlich entfernt und wir, naja, sind jetzt auch so ziemlich auf seinem Niveau, oder das ist beeindruckend für damalige Standarte. Also, naja, heutzutage ist es nicht mehr so viel wert, damals, als wir noch gegen die Liger Queen gekämpft haben, da war das noch was ganz anderes. Ach ja, good times, good times. So, wir gehen also nach Ketterberg wieder zurück, denn wir sollen ja Ion ausruhen lassen. Ich denke, das ist auch eine ziemlich gute Idee nach diesem... Gut, der Kampf war relativ einfach auf normal, aber es war eben ein Kampf. Sagen wir es mal so. Nach diesem Kampf ausruhen kann ich vergete sein. Naja, der Antrieb ist eingefroren. Hab ich das nicht vorhin irgendwie mal erwähnt? Oh. Oh. Ich dachte, wenn ich die Zeit, ich will, dass ich wieder rauskomme. Aber es ist kein Problem. Ja, das ist es. Wir nutzen diese Zeit, um morgen zu planen. Mein敵 ist das Bann-Yong-Scher. Ich habe das Bann-Yong-Scher in Bel-Kendo gesagt. Ich bin ehrlich gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall bereit sein. Gut, also wir haben uns aufgeteilt. Und jeder ist jetzt mal wieder so für sich unterwegs. Gucken wir mal, ob wir alle finden können. Ich denke mal, das ist jetzt so das Großartige, was wir hier machen können. Reden wir mal erstmal mit Jado, der steht da so schön. Ich denke mal, dass ich nicht so schlecht war, was ich nicht so schlecht war. Ich denke mal, das ist wirklich so. Ja. Ich weiß nicht, was ich. Das ist das, was du in der Nacht geblattst und in der Nacht geblattst. Das ist das, was du in der Vergangenheit von Axelis ist, was du noch nicht in der Vergangenheit. Das ist das, was du. Du bist in der Nacht, wenn du in den Orakl geblattst. Das ist das, was du. Ich habe es nicht so gut, was ich? Nein, ich habe es nicht so gut, dass ich es nicht so gut. Ich kann es nicht so gut, dass ich mich nicht so gut fühle. Jade? Ich habe auch schon gelernt, als ich mit ihr gesehen habe. Ich habe es gut, dass ich mit Jade aufzunehmen. Ich habe es nicht so gut, dass ich mich nicht so gut machen kann. Ja, Jado, der Nekromanz. Er kann immer noch nicht wirklich begreifen, wie es ist oder was es heißt, für jemanden zu sterben. Aber durch Luke, der Albträumat wegen Axelius und jedes Mann noch am Schütteln ist, wenn er ein menschliches Leben genommen hat, zeigt ihm das auch schon mal, was es wirklich heißt, zu leben und zu sterben. Und das ist eine schöne Charakterentwicklung mal wieder. Ja, reden wir mal mit Mew. Mew steht da auch so rum, reden wir mal mit ihm. Was für morgen? Ok ja. either tu? Kannst du mir ein Feuer geben? Ja. Also wie du immer mit dem Lied übrigen habe? Ich glaube, dass wir dahintermittelt haben. Soll ich nicht so neatly stehen da. Ich habe es noch seitdem. Ich werde dir so schwer tun. Ach süß. Ja Mew, nervig wie er sein soll, ist er doch immer da. Naja, meistens Luke aufzuhaltern. Oh heigai, was machst du im Casino? Was ist das? Ich habe mich überrascht. Das stimmt. Das stimmt. Wir kämpfen mit Herrn und Herrn. Das stimmt. Der Bant. Ja, das stimmt. Ich habe mich daran erinnern. Das stimmt. 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 Ich habe mich als Kind. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich als Kind von Gai. Das stimmt. He he. Was ist das? Das stimmt nicht. Es ist besser. Es ist besser oder besser. Es ist besser. Es ist besser. Es ist besser. Es ist besser. Ja, mit 20 ist man erst erwachsen in dem Spiel. Ich bin erwachsen, meine Kinder, das war mein Gott. Na jedenfalls waren Gai und waren ja Kindheitsfreunde. Und Gai konnte sich nicht selbst verteidigen, das hat Warn übernommen. Ist auch mal wieder so etwas... Ja, es ist wirklich interessant zu sehen, was sich so da tut zwischen den Charakteren. Was, der Land ist geschlossen? Okay. Na gut, ich wollte ja eh nur da lang gehen, um zu gucken, ob da unter Umständen jemand von meinen Leuten drin ist, damit ich mit reden kann. Da das aber scheinbar nicht der Fall ist, gehe ich halt wieder, ist mir doch egal. Hier geht es nur weiter, da geht es zum Inn. Äh, das steht hier, wenn ich es richtig sehe. Ja, dann reden wir doch auch mal mit ihr. Das war's. Das war's für mich. Ja. Ich habe mich sehr gefühlt. Das war's für mich. Ich wollte mich nicht mehr überraschen. Ich werde mich wieder überzeugen, Tia. Ich werde mich nicht mehr überraschen. Ich weiß nicht, was ich. Aber ich will nur noch ein paar Mal sagen. Ich werde das alles machen. Das stimmt. Du hast es verändert. Was ist das? Man kann es verändert werden. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Luke meint, wir werden nochmal mit ihm reden, bevor wir gegen ihn kämpfen Und da bin ich auch mal gespannt drauf, ob da irgendwas bei rauskommt Schon hart sowas, muss ich sagen So, Ion und Anise sollten laut ihrer eigenen Aussage hier sein Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage, aber naja, das ist Ion Also nochmal mit Ion Ja, so ist es Ich wusste, was ich... Ich bin da, wenn ich die Schindelung des ZDF für funk Aber ich bin nur die Schindelung des ZDF für funk, 2017 So, ich habe mich durch die Gefühle gefühlt. Ich weiß nicht, was ich wirklich machen will? Ich weiß nicht, was ich möchte. Die Antwort ist, dass ich Bann habe. Wenn du von Bann auskommst, dann wird ich das Gefühl. Und Ion wollte im Prinzip sterben, beziehungsweise ihm war es egal, ob er stirbt. Er hat erst mal gedacht, sie haben sowieso jemanden, der ihn ersetzen kann, aber das scheint nicht wahr zu sein. Sagt sie uns noch was? Warum ist Anise nicht mehr dabei? Nur mal so gefragt. Warum ist sie nicht mehr hier? Naja. Ähm, als er dann gesehen hat, wie Schinke vor ihm starb, hat das natürlich auch wieder sein Denken beeinflusst. Und Luke weiß nicht, was er genau mit seinem Leben anfangen soll. Aber laut Ion wird das sehen, sobald wir Wahn besiegt haben. Und da bin ich mal gespannt drauf, was dabei rauskommt. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der nächste wäre hier, weil wir wegen Kinderspielplatz und so. Aber scheinbar nein. Aber Natalia steht da, ok. So, wie gesagt, Natalia. Ja, wieы Sie mit ihr gesehen? Ich hatte keine Erachtung. So, was ich weiß, ob ich das Wort ausprobieren kann? Ich wusste nicht, dass ich diese Übel voranfam. Ich konnte nicht denken, dass ich will, was ich daran erneut. Da haben wir, was natürlich auch gehört. Ich habe gehört, das Fertifon. Ich habe Gef BBC. Ich sage, wie viel die Leute aussehen? Ich habe mir gedacht, dass ich mich ausmacht habe. Ich habe mir gedacht, dass ich dabei bereits ein paar Sachen ausmache. Wenn ich mich, wenn ich mich als eine große Jahre alt bin, dann werde ich das Land. Ich habe mich mit den Menschen, so dass ich nicht mehr als Angehöriger fühle mich. Bis zum nächsten Mal, dass ich das Leben nicht mehr in der Welt verletzt habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht mehr als Kind davon verletzen kann. Ich bin noch nicht zufrieden, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Ja, für sie war jetzt bedeutend, dass Luke nun mal beinahe Asch ist, aber nicht Asch ist, sondern Luke und sie ihn auch kannte, seit sie, ja, Kinder waren im Prinzip. Was ist mit dir eigentlich? Ha. Okay, okay. So, jetzt fehlt nur noch Anise, wo auch immer sie ist. Ich hätte ja gedacht im Casino, aber nein. Vielleicht im Inn selber? Könnte sie im Inn stehen? Hm. Also hier nicht. Ha. Jetzt wird gesucht nach einer einzigen Person. Das ist natürlich wieder grandios. War nicht. In einem Restaurant? Wie wär's denn damit? Sie könnte ja ein echter Gourmand sein. Ach, noch nicht. Toll. Ha. Das ist, na, nicht schlimm, aber anstrengend für dich mal mehr als werben. Beziehungsweise Adjektiv. Ich weiß nicht, was ich immer mit Verben und Adjektiven habe. Also, ich suche jetzt garantiert nicht jedes Hotelzimmer ab. Nö. Nö, 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 nö. Dann gehe ich eben wieder zur Residenz von Nefri. Weil eigentlich hat sie gesagt, sie gehört, äh, sie bleibt bei Ion. Und der ist nun mal da drin. Also müsste sie doch irgendwo da sein, oder nicht? Ha. Das ist narrvig. So richtig narrvig. Hier ist ein Hund. Da ist keine Anise. Das ist... Ach Gott, die steht am Tor. Ah, super. Das ist ein Hund. Das ist nicht so, was ich. Also, wenn du jetzt Luke bist, dann kannst du dich nicht heiraten. Ah, also... Arieetta hat sich nicht geholfen, als er nicht heiraten. Es war so warm, in der Luft. Du hast also geholfen, oder? Nichts! Nichts! Die Arietta hatte einen sehr interessanten Menschen, die nicht in diesem Leben wussten. Aber ich wusste, dass sie die Hauptsammlung der Hauptsammlung haben. Ich habe das Gefühl, dass sie sterben. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht so ein Mensch. Luke hat das Hauptsammlung. Ich bin sehr gut für dich. Ich bin so schwer für ihn, und ich bin so schwer für ihn, und ich bin so schwer für ihn. Ich bin so ein Mann, der ich sehr嫌. Oh, Mann? Luke, du hast du Angst, du Angst. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich verstehe, ich will nicht. Ja, und selbst Aniso, die eigentlich Arietta gehasst hat wie die Pest, so wie es aussah, weint um, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die verlorene Kameradin. Einfach nur, weil Arietta nie die Chance hatte, irgendwas zu machen, jemanden zu lieben oder zu heiraten. Reden wir jetzt hier nochmal. Oh, schlecht. Also wegen dem, was Wahn gemacht hat, könnten die äußeren Länder jetzt einfach mal jederzeit runterfliegen. Jado scheint zwar einen Plan zu haben, aber den will er lieber nicht nutzen. Hm. Na da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Hm. Das ist immer wieder Asch. Okay. Ja, was das? Was ist das? Wenn du sagst, sagst du. Ich weiß nicht. Du bist, weil du mir schaffst, dass du dich in meinem Leben verletzt hast. Du bist so, aber nicht. Du bist so, dass du dich anst. Du bist so, weil du dich anst. Du bist so, dass du dich anst. Du bist. Warum soll ich mich da machen? Naah, Ashu. Wenn du mit dir nach Hause bleiben kannst, mich oben zu kniften. Ich bin mit dir mit dir. Und erwarte mal. Warum soll ich es so? Oh, Ashu! Oh, ich habe Angst, was dir ich? Ich hab noch einen Teil davon gemacht, wie ich mich nicht in dieser Körper habe. Ich bin gerade auf die Absohbe-Gate. Wenn du dich in die Absohbe-Gate verletzt, dann kannst du mich nicht mehr verletzen. Ich habe es gut. Ich werde mich immer noch nicht verletzten, damit ich mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Asch, wenn ich mitkomme, Asch ist am Bluten. Aber naja, wir werden uns jetzt aufmachen zum Absorptionstor und dann werden wir das Spiel beenden. Wir werden wahnendgültig in seine Schranken beißen, weil das, was er da tut, das kann einfach nicht mehr angehen. Das ist also der finale Moment hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Wahn wird niedergehen. Ich bin ein bisschen zu sagen, aber ich glaube, dass ich mich mit dir beinahe, dass ich mich mit dir verletzen kann. Ich bin so... Ich bin hier, dass ich euch hier beinahe. Und ich bin so, dass ich mich mit dem Anis beinahe, dass ich mich mit dir beinahe. Ich habe es gut gemacht. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Luke, was ihr bereit? Ah, alle? Das war's für heute. Das war's für Eion. Sie werden die Erwärmung für die Erwärmung. Genau. Ich weiß nicht, ob es ihr Leben verletzt wird. Tia, das ist wirklich gut. Ja. Wenn man Tia hat, dann müssen wir auch noch ein Verständnis haben. Wir müssen die Absob-Gate durch die Absob-Gate durch die Absob-Gate. Wir müssen die Absob-Gate durch die Absob-Gate durch die Absob-Gate. Wir müssen uns auch mit dem Herrn kämpfen. Wir brechen jetzt auf zum Absorptions-Tor, die Nacht vorher, Mädchen-Gerde. Okay. Ja, die Nacht vorher, Männer-Gerede. Ich bin ein bisschen, KEN-Gerde. Oh, was ich da? Was ich so schwer, Lur? Ich habe mich mit dem KEN-Gerde. Ich habe mich mit dem KEN-Gerde. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin wirklich nervös. Aber ich kann mich nicht verletzen. Okay, ich bin schon seitdem. Ja. Ich werde mich auch ein bisschen verletzen. Oh, das ist so schön. Das ist richtig, Jäte. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich kann mich nicht verletzen. Damit verabschiede ich mich von euch Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss Leute.